Tja, was soll ich noch großartig dazu sagen? Es ist irgendwie so ein komischer Punkt in meinem Leben, wo ich, weiß ich nicht, mir jetzt seit zwei Jahren den Arsch irgendwie für was aufreißen, wo gar nichts zurückkommt und man könnte sagen, ja, aber wieso meinst du denn deswegen, du musst einfach weitermachen. Ja, werde ich auch, aber trotzdem muss man ja seine Emotionen und seinen inneren Vorgängen dahingehend ja auch irgendwie so ein bisschen Raum lassen, die Sachen zu erfüllen, ergründen und auch rauszulassen und auch da mit sich im Reinen zu sein und es fuckt mich einfach wirklich nur noch ab. Andere Leute geben sich wirklich gar keine Mühe, scheißen auf alles, machen einfach irgendwie random shit und werden damit Turbo Fame und können sich alle ihre Träume erfüllen und was auch immer. Und ja, das fuckt natürlich schon ein bisschen. Also ich meine, es ist halt, wie es ist. Ich würde auch gar nicht hätten, soll jeder sein Ding machen, so wie er es für richtig hält, solange er anderen Leuten nicht auf die Füße tritt und sich ja auch übernimmt wie der größte Bastard, wovon es aber auch viele Beispiele gibt. Ich bin jetzt 29 fucking Jahre alt. Damn. Damn. Und ja, ich weiß nicht. Ich habe irgendwie schon viel in meinem Leben gemacht und ausprobiert und war schon viele verschiedene Menschen. Und es ist an der Zeit jetzt wirklich all in zu gehen bei dieser Sache, die mir viel bedeutet. Und das Ding ist, das kommt nicht einfach so von irgendwo her. Ich war klein und ich habe schon immer sehr gerne und sehr viel gedichtet und habe mich tatsächlich auch mit Rap früher viel auseinandergesetzt, weil ich es irgendwie sehr spannend und interessant fand. Dabei muss ich aber auch sagen, dass es der Part von Rap ist, der nicht einfach nur Asi-Rap und Agro-Rap ist, wobei ich auch zum Teil sehr aggressiven Rap sehr feiere, weil ich auch ein riesiger Metal-Fan bin. Aber worum es eigentlich geht ist, ich fand das Spielen mit Worten und lyrische Raffinesse schon immer wirklich einfach nur perverskrank, geil, nice. Und habe mich dann natürlich auch rumprobiert, mir das ein bisschen zu eigen zu machen und alles drum und dran. Und honestly, ich weiß, dass ich dahingehend auch schon einiges an Talent mitbringe. Ich bin jetzt vielleicht kein fucking Eminem oder was auch immer oder irgendein unvergleichlich kranker Motherfucker. Wobei aber auch niemand sagt, dass es nicht eventuell potenziell in Zukunft der Fall sein könnte. Bloß, was das Ding ist, ich habe damit ja schon längst angefangen und ich habe auch schon Songs produziert und ich schreibe wie wild an irgendwelchen Lyrics und Liebe des Texten und das Krampen von Rhymes und Mustern in die Zeilen und in den Lied und in den Takt. Und es erfüllt mich einfach wirklich mit so einer Päschel, die unvergleichlich ist, Alter. Es ist einfach nur pervers, Junge. Es ist einfach nur geil. Und ja. Das ist so die Quintessenz des Ganzen. Deswegen scheiße ich jetzt einfach auf alles, weil ganz ehrlich, irgendwie alles andere bockt nicht so sehr wie das. Und ja, also es ist ja natürlich kein unumfochtenes Feld, sage ich mal, der Hip-Hop und auch der deutsche Hip-Hop. Aber, honestly, ganz ehrlich, in meiner Opinion, es gibt wirklich so viel fucking Luft nach oben im deutschen Rap und deutschen Hip-Hop, weil, also sorry, aber, weil entweder haben wir im deutschen Rap und Hip-Hop so Trollatzen, so Young Huren, K. Ronaldo mäßig. Und ja, es ist funny, es war auch funny to me so für eine kurze Zeit, aber dann hat sich das für mich persönlich dann schon ja relativ schnell erledigt. Dann haben wir halt natürlich so diesen ganzen sehr Mainstream-Appeal-basierten Rap in Richtung Hedonismus und Materialismus und so weiter und so fort. Und ja, auch das, es hat vieles davon einen nicen Klang so und eben das Seine, so soll es immer sein, aber für mich persönlich ist das nicht die Quintessenz von Rap. Und das ist auch nicht der Rap, den ich tatsächlich machen möchte. Natürlich muss man auch sagen, man muss oder man sollte den Leuten ja auch ein bisschen Unterhaltungsfaktor bieten und nicht einfach nur melancholisch vor sich her trellern. Und obwohl das ein wirklich, also obwohl Rap und generell Musik natürlich ein unglaublich gutes Ventil dafür sein kann, mit seinen Emotionen in Austausch zu gehen und die irgendwie aufs Papier oder in den Song zu bringen oder nach außen zu tragen und somit zu verarbeiten, so ist es trotzdem wichtig, dass man auch irgendwo, finde ich, den Leuten nicht nur starke Emotionen bietet, sondern halt auch irgendwo ein bisschen Entertainment. Und das ist so, es ist gar nicht so einfach, da so einen schmalen Grad zu gehen, wo man sagt, okay, man ist ein realer Artist und man hat es wirklich drauf, nice Bars zu verfassen, aber auch irgendwie dann, wenn es mal nötig ist, einen emotionalen Song zu machen oder was auch immer. Und dazu noch so eine lyrische Raffinette reinzubringen und auch noch stimmtechnisch versiert zu sein, als auch Flow zu haben, das alles sind Elemente, die zusammenkommen müssen. Die müssen zusammenkommen, um dich wirklich als versatile Rapper auszumachen und das ist das, was ich sein will und das ist das, was ich werden will. Ich will kein One-It-Wonder sein, ich will auch kein Party-Rapper sein, ich will auch kein Arzt und Rapper sein, sondern so den Leuten irgendwie mehr bieten als nur das. Was sowieso eine Sache ist, die mich ziemlich stört, ist, dass alles so ultra nischenbasiert mittlerweile ist in ganz Social Media. Menschen sind nicht eindimensional, Menschen sind in der Regel vielschichtig, beziehungsweise nicht alle, aber als Mensch hast du die Möglichkeit, vielschichtig zu sein und vielseitig zu sein und sich dann nur auf eine Sache runterzubrechen und auf eine Sache zu fokussieren, fackt mich manchmal ziemlich ab, aber darüber rente ich nochmal in einem anderen Video. Aber ich bin einfach an diesem Punkt in meinem Leben, wo ich der Passion, die ich habe, folgen muss, weil ich sonst weiß, dass ich nicht auf Dauer glücklich sein kann. Und natürlich ist das eine Sache so, wäre wirklich fenomenal geil, wenn die Erfolg hätte. Das natürlich auch auf Kontrast stößt und auf Resonanz, also auch positive Resonanz, einfach auf Appreciation. Weil man kann nicht, glaube ich, von sich behaupten, irgendeine Art Künstler, Artist oder sonst was zu sein, was dasselbe ist, aber na gut. Wenn man nicht auch so diese gewisse Art von Geltungsdrang hat. Also man will ja auch, dass die Kunst von einem gesehen wird und dementsprechend auch auf irgendeine Art von Komplimente oder Wertschätzung stößt. Und natürlich ist man nicht frei davon und ich fände das super, aber man muss auch bedenken, dass man nur honest damit ist, wenn man es auch macht, selbst wenn niemand hinguckt und es niemanden juckt. Auch über einen längeren Zeitraum hinweg. Und ich glaube, das ist auch der Beweggrund, weswegen ich das jetzt halt gemacht habe, weil ich meine, ich mache YouTube eigentlich schon seit einer gewissen Zeit. Und ich war mir nie sicher, was ich eigentlich machen soll. Ich weiß auch immer noch nicht ganz, was ich machen soll, außer, dass ich unbedingt Rap weitermachen will. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich mache das schon eine Weile und das macht mir todes Spaß und deswegen mache ich es auch immer noch. Und habe aber auch mittendrin 30.000 Mal die Richtung gewechselt, eben weil man halt so durchs Leben geht. Man bleibt ja nicht immer derselbe, man entwickelt sich weiter, man wächst aus einer Sache raus, man wächst in eine andere Sache rein. Man ist in einer anderen Lebenssituation, Dinge passieren und man verändert sich und so ist das halt. Und wenn man aber bei einer und derselben Sache bleiben würde, dann würde es natürlich viel einfacher sein. Aber ich finde es eben nicht einfach, die ganze Zeit bei einer und derselben Sache zu bleiben. Und wer weiß, vielleicht denke ich mir dann in drei Jahren, scheiße, ich will doch kein Rapper werden. Wobei ich das aber auch, ehrlich gesagt, ziemlich stark bezweifle, weil das für mich so ein starkes Ventil ist, sowas aufs Papier zu bringen oder in den Song zu bringen. Egal, auf jeden Fall. Was will ich eigentlich sagen? Ich will sagen, dass das ein bisschen wie so eine Selbsttherapie ist, einfach so Low-Effort-Videos zu packen, wo du einfach all deine Gedanken, deinen ganzen Scheiß in deinem Leben, von deinem Kopf einfach ablegst oder abwälzt oder nach außen trägst. Und das, was irgendwer darüber denkt, eigentlich komplett scheißegal sein kann. Ja, du kannst es auch einfach für dich machen und es nicht hochladen. Aber wenn ich das Video eh schon habe und ich eh schon gerne YouTube mache und Dinge nach außen trage, wieso sollte ich es dann nicht tun? Vor allem, dass du mal dann natürlich auch auf, hoffentlich, Resonanz triffst. Und dann können sich die Leute auch zu äußern, egal ob negativ oder positiv, weil nur wer insecure ist, der hat Angst davor, sich mitzuteilen. Und ja, ich glaube, ich werde einfach in Zukunft honestly mehr so Videotagebuch-mäßige Low-Effort-Videos packen, weil man ist auch irgendwann legit einfach sick darüber, wirklich, was weiß ich, 10, 20 Stunden in irgendeinen Edit zu packen, ein Skill zu lernen, was ich zum Beispiel lange Zeit gemacht habe, Skill-Learning-Videos, und wirklich sich was zu erhoffen daraus und so ein bisschen Reichweite zu generieren und dann kommt nichts. Für jeden, den es juckt, honestly, bleibt gespannt und vielleicht checkt auch schon aus, was ich schon an Tracks gemacht habe. Insbesondere, wenn ihr One-Piece-Fan seid, werdet ihr 100% nicht enttäuscht. Das ist ah, wala, 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 ihr werdet nicht enttäuscht, 100%. Oder auch als Yu-Gi-Oh-Fan, honestly. Aber ja, auf jeden Fall gilt es dran zu bleiben und ich werde die Scheiße 100% durchziehen. Nebenbei noch ein paar Rant-Videos machen, weil es gibt wirklich einfach Dinge und Sachen, die in meinem Kopf rumschwimmen, die einfach nach außen müssen, die mich übelst abfacken. Und wo entweder niemand drüber redet oder sich niemand traut, drüber zu reden oder mein Algorithmus hat es noch nicht in meine Timeline gespült, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, bleibt auf jeden Fall dran, seid gespannt. Ich werde verdammt nochmal was reißen, weil compared to me, you like little boys like Ava Chris Tyson. Oh!